Wo möchten sie verweilen? Wo bleiben sie stehen? Wo möchten sie lieber weitergehen? Willkommen im magischen Theater. Hier gibt es keine Wirklichkeit, nur Bilder. Wer in diesem Raum ist dir spontan sympathisch? Wer ist genau wie du und wer ist das komplette Gegenteil von dir selbst? Anarchistische Abendunterhaltung. Der Eintritt kostet den Verstand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017